Es ist ruhig geworden um die Ägäis, das seit dem Deal zwischen EU und Türkei im März 2016. Aber die humanitäre Krise der Flüchtlinge auf den Inseln und dem Meer reißt nicht ab. Wir starten eine neue Mission, in der wir die Lage vor Ort beobachten, kritisieren und die Geschichten der vergessenen Route erteilen. Wir sind oben in der Wasser-Eiland, diese kleine Junge, guck mal was passiert. Nichts. Ja. Der Interview hat nach 7 Monaten gelesen, es gab keine Krankheit, es gab nur warten, 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 warten. Wenn wir kommen, haben wir keine Doktorungsprobleme und jetzt haben wir alle Probleme. Das ist eine lange Zeit, wir haben ein paar Jahre, drei Monate hier. Das ist warum er kämpft. Und sie wollen sich selbst töten. Ja. Die Kostkarte der Türkei, sie kommen schneller. Und wir stoppen sie, sie sagen uns, sie würden uns töten. Wir sind gefährlich. Die Frau wurde behebiert, alle behebiert. Und das letzte Mal, er hat die Knife gemacht. Er wollte sie zerstören. Aber wir resistierten ihn. Das ist kein Kampf, das ist ein Krieg. Das ist ein Krieg. Deswegen ist Sea-Watch mit dem Ziel zurück, eine menschliche Seenotrettung einzufordern.